der gewinner fängt an wir machen noch eine zweite begrüßung willkommen zurück das kommt mit dem 5 des gott los geht es so jetzt geht es weiter folge in diesem mal zusammen mit der tagierung fehlt mh hätte sein können er hat viele namen tja äh professionen gewirkt mach mir den schäschse mhm schade war doch richtig schmetterling war fast richtig es ist der schmetterling der nacht der mittel schmetterling was so jemand erstmal so hier natürlich was denn sonst im zweifel ist es immer ein baguette da kriege ich da ist noch einer oh mein gott da ist noch viele menschen es sind viele menschen sind viele menschen der hände steht da oben es geht es geht um es geht hier nicht um den da oben sondern um die hier unten eine steht da oben auf der bühne und die anderen stehen unten und das andere sind das ist ein wort raus ich mach mal ein bisschen abstrakter so oder noch einmal hier so ok der zahnarzt war zu spät so und jetzt kommt das worum es geht aber das ist auch zu spät dafür ist jetzt auch schon fast zu spät kannst du nur noch die zähne rausschrubben klong 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 kl Mit einem Kraut im Karten. Fast zum Hingekommen. Das passt nicht. Wo stehe ich mich? Soll ich dir da so ein Berg werden? Oh. Nice. Den Berg hast du vergessen. Ja. Der Berg wäre es gewesen. Äh. Okay, das könnte jetzt interessant werden. Wir sind alle gespannt. Ich sollte nicht füllen. Obwohl, ich könnte eigentlich schon füllen. Du, 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 du. Äh, dann nehmen wir das und das. Und ich sollte nicht füllen und... Und jetzt sehen wir das hier. Und einen kleineren Stift. Nein. Sterne mit schwarzen Loch. Hm. Das sind zwei Wörter. Ähm. Ich komme nicht drauf. Hm. Der da ist der Wichtige. Ja, das ist schon klar, aber was ist er? Steven Hawking. Ah, verdammt. Ja. Ich kann es nicht mehr tippen. Wow. Ich kann es nicht mehr tippen. Wow. Seine Hauptforschung waren schwarze Löcher. Ich meine, das ist nicht falsch, ja. Ich muss mal kurz weg. Ich muss das jetzt hier verziehen lassen. Ich muss weg. Bin gleich wieder da. Ich versuch's noch zu zeichnen. Und dann... So kommt er mit klar. Du hattest eine Straße und verpissst es nicht. Einfach so. Das Wichtigste habe ich gezeichnet. Ja, schön. Und das geht hier. So. So. Kann ich auch noch ein Auto hinzeichnen. Dafür habe ich nicht mehr die Zeit. So. Schnellstraße. Ja, hätte man kriegen können. Ich bin hier in der Autobahn geblieben. Äh. Ich bin hier in der Autobahn geblieben. Äh. Ich bin hier in der Autobahn geblieben. Moody. Ok. Das ist easy. Moment. Kuckucka. Kicka. Kacka Kalla. Oh. So. Dann. Wobei nehmen wir gleich. Den hier. Hm. das passt natürlich nicht rein hintergrund noch schön mit g was zum hinkern was zum hinkern warum hast du kein hurrican oder irgendwas ganz ehrlich beim hurrican hätten wir es noch weniger erraten das ist einfach das symbol für gefahr das allgemeine das weiß man natürlich oder was habe ich nicht doch aber nur in gta was das hält mich nicht davon aus ab ein eigenes auto zu haben was ich habe als kleines kind meinen fahrrad führerschein gemacht habe ich auch noch gehabt der ist durch im müll gelandet ich habe es erwarten wusste ich sofort habe ich sofort im urin gehabt du hast seltsame dinge morin definitiv du solltest mal zum arzt gehen das geräusch war das geräusch hat mich und hat schon genügt hat mich schon mal erinnert hört mal hin okay das wird auch wieder gut das geräusch ist aber irgendwie auch von joshi halbwegs geklaut was jetzt machen wir strobo party na vielen dank das jetzt noch schnell abspielen das ist dann wiederholen ich muss nur aufpassen dass ich nicht aussehen schwarz erwische es ist ganz ganz einfach und schwarz reis ist schon nah näher dran was zum hänker mal noch was dazu ich weiß nicht was ich dazu malen soll und zack schwarz was zum hänker ich hatte ganz ehrlich nicht erwartet dass ihr euch damit so schwer tut was habe ich denn hier für wörter was zum hänker also ein wort ein wort was nicht genommen habe war aristokrat hätte ich das denn ich das denn bitte zeichnen sollen ich versuche es die schnauze ist vielleicht ein bisschen zu hey den dildo kenne ich was die schnauze ist vielleicht ein bisschen zu fett das andere ist dann hier so hat eine ökige form aber ansonsten so das ist normalerweise noch ein zweiter mit drin na komm habe ich blöd gezeichnet aber ist ein sehr emotisches flugzeug es spart sehr gut für die umfeld weil es nicht fliegen kann okay im moment ich bin gespannt ob ich das hinkrieg ja 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 ähh fuck wie war das noch mal weiß nicht wie das gesicht aussieht deshalb zum hänker ich bin einfach immer für den angeklagten was denn was denn ich bin nein kennst du natürlich und ich kenne es mal wieder nicht ist auch nicht schön dass ich es nicht kenne geht auch mit final fantasy ja deshalb das habe ich nie gespielt ich habe nur eins davon gespielt und das war der vierte teil und wenn quest da gibt sie für ja auch habe ich auch nicht gespielt schleim gut minecraft habe ich gespielt aber der sieht anders aus der stein mit minecraft nicht anders genug doch was zum hänkern aber das passt nicht rein was zum hänkern aber die du liegst schon was fehlt noch was oh mein gott da kommst du drauf du hast es fast für viele art hätte ich wahrscheinlich einfach nur ein pfeil auf mein profilbild gemacht hier in dem spiel boah ähhhh den zeitpunkt wo ich schneiden muss moment was zeitpunkt schneiden was wie was das will ich nicht in meinem video haben was willst du nicht in deinem video haben genau das wir schreiben jeden einzelnen von deinen followern an alle zwei exakt wobei sie sind ja alle hier mit drin was es kommt in meinem video mit rein was ist das was ist das ach so hä ne ich verstehe nicht mehr verstehe auch nicht verstehe auch nicht so und jetzt das wichtige blut 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 obendrauf turm ist nicht ganz weit passt halt leider nicht so ganz also habe ich zwei us reingesetzt ist ein bisschen schief aber ist tatsächlich was der schiefe turm von pisa kann das kannst du auch es ist tatsächlich ein tun aber es ist auch ein anderes gebäude ich verstehe mieten kann für gewisse zeiträume so einmal den trump tor hingemalt so natürlich ich habe mich korrigiert dann einmal kurz das und das und sie bilden zusammen ein wort die nanny sucht ein wort raus einfach so jetzt mal doch mal danke ist das denn orange oder ist das jetzt hier nur schuhe sind jetzt nicht unbedingt orange schuhe haben alle farben aber da würde ich es erstmal mit einer schule würde ich erstmal schwarz malen das wird zuerst mal weil das auch reinpasst aber was 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 herunterladen und da war ich mit ladebalken ja nicht ganz falsch man darf das download symbol zeichnen können was oben rechts in eurem browser ist ja ja nehme das hier hintergrund grau damit ich in weiß zeichnen kann da sind ich das bild runtergeladen was ich gerade versucht habe zu malen wow man ist wie ein shot von deswegen habe ich da so ein krieg kakel vorhin gehabt wenn ich da nicht mal loslassen wollte schon in die richtige richtung aber eher genereller werden auch nicht nicht schlecht was zum hinkern christian ist es nicht nein das andere das sieht jetzt aus wie ein sehr sehr infiziertes auge ich bin sehr verwirrt ja ich bin jetzt nicht unbedingt der beste künstler um rubine und diamanten zu malen Wigelstein aha tupi fair ich bin nicht der beste künstler kann man eigentlich schon so stehen lassen ja aber bisher war das eigentlich ganz gut ja bisher hat man dein Zimmer erkannt auch wenn meistens so nachträglich ja gut ob man das jetzt so sagt oder so manchmal auch anders so hier naja will mir jetzt noch ein samsung tablet ne hast du schon erwarten toll und um zeichnen zu lernen bischen die haben ja so gute stylus pens da dabei koks und nutten na verdammt tschüss grün hallo grün ich würde dir noch so n kleinen Fahrrad reinmalen koks und nutten was nicht scheint fast so schade eigentlich ja landschaft wow da hätte ich noch nen baum hinmalen können da hätte ich noch nen Berg hinmalen können und so weiter auch gut auch gut das kann jeder du 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 hm schade ganz ganz simpel ganz ganz simpel aha hm die einzelnen kommt man manchmal gar nicht was zum hankern äh schade ja aha was war's war's die palmen oh nein dann hab ich ihn wieder gewonnen yay ja super tja aber dann bin ich jetzt nicht mehr auf platz 4 tja noch ne runde ein einem b b b b b b Bis zum nächsten Mal.